Servus, der Tobi hier. Die Frühlingspause bei den Gewittern ist jetzt vorbei. In dem Video will ich euch Eindrücke von drei grenzgenialen Chasings an drei Tagen hintereinander zeigen. So bekomme ich am 20. Juni ein gigantisches Mutterschiff bei Ulm im Abendlicht zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Da der Aufwind einen großen Bereich einnimmt, sind die Aufwindgeschwindigkeiten wohl zu schwach, um Hagel zu produzieren. Nur Regen und starker Wind kommen aus dem Gewitter. Als wäre diese Show vorhin schon nicht genug, bekomme ich sowas von tolle Blitze unter dem Eisschirm der Superzelle zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Luftmasse blieb der Nacht über La Bé geschichtet. So war selbst am nächsten Vormittag genügend Energie da, dass bei Memmingen ein Gewitter mit gewaltiger Schäfklau diese verspeisen darf. Die Gewitterfront zieht einmal mit viel Wind, aber nur mäßigen Formationen quer über Südbayern. Im Gäuboden bei Wallersdorf halte ich, weil hier zumindest etwas Formationen anziehen. Mit dem Windsprung an der Böenfront zieht einfach ein Gasnedo durch meinen Standort durch und staubt mich ordentlich ein. Ein Gasnedo ist ein Böenfrontwirbel ohne Kontakt zur Mutterwolke. Einen Tag später am 22. Juni zieht eine mächtige Superzelle über den Großraum Kassel hinweg. Die Unwetterflüchts stehen dort goldrichtig und filmen diese ultra bösen Formationen. Die tiefe Walze kommt durch die enorme Niederschlagsabkühlung unter der Gewitterzelle zustande, vor allem wegen dem ganzen Eis, was dort zu Boden stürzt. Sogar Dachziegel wurden von dem Hagel zertrümmert und der Sturm hat Bäume umstürzen lassen. Ich war hier ab hinter Kassel auch an der Zelle dran, die leider schwächelte. Später fängt sich das System wieder. So kommt hier bei Aschers Leben in Sachsen-Anhalt ein richtig dicker Brummer mit unglaublicher weiträumiger Aufwindbasis angezogen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020